Genau, so, hier sind wir wieder. Herzlich Willkommen zu Austin Forrest. Was war das jetzt für ein Anfang? So, hoppala. Ja, irgendwie hab ich gerade auf Aufnahme gedrückt und hat sie mich gleich so rumgeruckelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Aufnahme erkennen wird. Gut, es ist Nacht. Ja, weil Concord natürlich rausgetappt ist. Ja, hallo. Ich hab mich erstmal auf Steam Offline gestellt, ja, das war immer ganz wichtig. Ja, mich auch. Komm mal rein, wir können gleich mal schlafen. Kann ich mit dir gleich schlafen? Jetzt, komm, mach doch mal die Tür zu. Jetzt ist ein bisschen Privatsphäre hier, oder? Ja, Entschuldigung. Oh, Privatsphäre, voll das fette Fernseher. Gut, komm jetzt, ich möchte schlafen. Kann man sich eigentlich crouchen? So, dass man gecroucht bleibt eigentlich? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, es gab irgendeine Toste, aber ich hab jetzt Angst, irgendwas Falsches zu drücken. Ja, ich... Gut, schlafen wir jetzt einfach mal. Okay, schlafen wir. Es war schon öfters passiert, dass ich ja aus Verstehen dann irgendwas eingenommen habe, was ich nicht wollte. Gut! Oh, der nächste Tag bricht an und die nächste Aufnahme. Alter, ich hab Hunger. Ich auch. So, erstmal ein Lagerfeuer. Ja, genau, jetzt mach mal ein festes Lagerfeuer, bitte. Leuchtfeuer... Ne, halt ein Lagerfeuer. Leuchtfeuer? Leuchtfeuer machen? So. Ja, das ist irgendwie... Oh! Ja, das ist ein bisschen größer. Ja, aber ich... Oh, da liegt ein Stein, das tue ich noch mit eine. Nein! Okay. Ich zünde jetzt auch noch was an. Okay. R... Ich hab mir mal ein Fleisch reingelegt. Ich auch. Wärst du erst dran. Ach, ich häng mal mein Rehfleisch da auf. Zuck. Zuck. Lass mal ein bisschen vor sich hin trocknen. Also muss ich sagen, das Feuer sieht jetzt echt scheiße aus. Ja, als wenn man das mit anderen Spielen vergleicht. Es sieht so echt animiert aus. Haha, schneller. Ich war... Was? Weiter und leer. Oh, da liegt ja noch was. Lol. Ich bin eigentlich Schusshatz. Oh, ich auch. Warum... Hell, lol. Ich lass es mal liegen. Warum ist das so viel doppelt? Ja, aber dafür brennt es doch, oder? Ich lass mal heißen. Ach, warum war da jetzt so viel drin? Ich hab nur eins freigetan. Ähm, wieso... Was? Warte, wieso hab ich jetzt Leben verloren? War völlig abgelaufen, oder? Ne, äh... Verliert man Leben, wenn man sich überfrisst? Ne, glaub ich. Ganz blöde Frage jetzt. Ne, ne. Oh, du hast ne Aloe Vera gefunden gehabt. Oh mein Gott, wie nice. Das kann ich jetzt schon pflücken. Oder ist das ne Aloe Vera? Und da hab ich Samen, dann können wir neu... Ach so, ja. Ach stimmt, das ist alles schon fertig. Warte, tss. Ja. Hey, lol. Die Samen sind weg. Aber ich hab irgendeine andere Pflanze. Ich tue die jetzt mal rein. Ich weiß aber nicht, was das ist, okay? Im Notfall müssen wir die halt löschen. Ja, ist erwischt. Ne, löschen. Weghaken. Lol, man zieht Rauch. Ach so. Das ist dein Topf. Ach, Mann. Aber ich hab auch Durst. Ich müsste auch Wasser holen. Ich hol schnell Wasser. Ne, hat's mal geregnet oder so? Ne. Nein. Natürlich nicht. Aber gut, dass wir relativ nah an so'n Fluss sind, ne? Das ist echt sehr gut, ja. Oh, das sind wieder Pflanzen. 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 Ah, die komische lila Pflanze, die ist echt oft da, ne? Also, da haben wir echt, glaub ich, außerhalb, die brauchen wir gar nicht an Pflanzen, gefühlt. Ausrüstchen. So, ich geh jetzt zu meinem Wasserfelsen. Ich weiß gar nicht, was du davon Problem hast. Hab sofort Wasser drin. Und so. Ja. Bei mir klappt das nicht. Ich brauch diesen perfekten Winkel und der ist genau hier. Ja. Genau. Aus dem Felsen hol ich das Wasser aus. Perfekt. So. Ich geh immer an das eine Ufer da. Da geht es ganz gut. Ja, da war ich ja eigentlich auch immer. Sonst hat's auch mal funktioniert. Ich versteh's nicht. Ich glaub, bei... So, jetzt müssen wir aber wirklich mal was machen jetzt. Und meinst du jetzt bauen oder meinst du jetzt mal ein bisschen was unternehmen? Erstmal den Timer anmachen, den hab ich schon so vergessen. Oh. Sehr gut. Ne. Ähm, weil... Ich glaub, bei Hardcore musst du echt gut auf dieses Essen und Trinken achten, weil das haben wir... Ja, man kommt da fast zu gar nichts mehr. Nein, 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 nein. Das war... Ich mein... Ich find das ganz cool, weil es ist ja ein Zerweilspiel, darum geht's ja richtig. Ne? Und ähm... Bei... Bei... Also wir... Bei Staffel 1, da haben wir uns eigentlich hauptsächlich... Da war's für uns ein Bauspiel. Wir haben eigentlich hauptsächlich gebaut. Ähm... Und das Essen und Trinken war so Nebensache. Das war so... Wir waren immer... Wir hatten immer genug. Ja, klar. Und jetzt doch, musst du doch schon mal schauen, dass du immer ein Vorrat hast und immer genug Essen und Trinken hast. Und das ist... Glaub ich echt wichtig, dass du... Eben immer... Immer ein Auge drauf hast. Das hatte ich nie beim... Bei meiner ersten Staffel. Das war mir so egal. Weil das dauert echt lange, bis das abkocht. Ah, da jetzt. So. Perfekt. Und jetzt musst du halt wirklich gucken, damit du genug trinkst und isst. Okay, was ist das denn jetzt? Was denn? Das ist irgendeine Pflanze, die ich noch nicht habe, glaube ich. Alles anpflanzen. Wir können es ja dann im Nachhinein zerstören. Nein, ich möchte mir eigentlich gerade Medizin machen mit den Blättern, die ich noch... Die ich, komischerweise, irgendwie nicht anpflanzen kann, aber... Gesundheitsmischung, das ist irgendwie zu viel... Medizin ist mir ultra wichtig. Ultra wichtig. Hab ich denn noch Medizin? Nein, ich hab die Pflanze kaputt gemacht. Scheiße. Ich hab halt einfach keine Medizin mehr. Und sie müssen mich nur einmal treffen und ich bin weg. Das Schöne ist, ich hab ein Magazin. Soll ich dir ein... Soll ich dir eine... Soll ich dir eine Medizin geben? Jo, hau das Magazin her. Aber ganz professionell, ja, mit diesem Blechding da. Wie das hier steht. Wie das aufzieht. Dankeschön. Ey, das hat eine Errungenschaft gegeben. Heus. So. Perfekt, danke. Ja, aber ich hab... Gut, aber jetzt hab ich irgendwie Bock, irgendwas zu bauen. Irgendwie... Ich wär dafür, dass wir... Ein zweites Lager bauen. Ne? Weil ich find, das kleine Häuser reicht irgendwie zum Wohnen. Ist mal ein bisschen... Was meinst du jetzt mit zweites Lager? Ja, ja, weil hier das Lager ist ja jetzt... Ach so, ach so. Du meinst jetzt so ein Lagerhaus. Ja. Also nicht ein komplett neues Lager. Nein. Das Lager ist ja hier nur für Sticks. Das wollen wir ja noch ein bisschen erweitern und so weiter. Also haben wir ein paar Sticks rein und so. Und jetzt dann noch ein kleines Häuschen und irgendwo... Scheißegal, das können wir von mir jetzt hierher klatschen. Ähm... Ein bisschen größer vielleicht, wo ein paar Regale reinkommen, wo wir dann sowas wie... Dass wir vielleicht mal eine kleine Tour machen und ein bisschen Soda und Snacks einsammeln. Okay. Ich hab mal eine Reparatur haben wir gebaut. Verdorben, verdorben. Ich leg's mal ab. Das Fleisch ist verdorben. Das brauch ich nicht mehr. Ich glaub, du hattest doch letztes Mal unsere Reparatur haben, oder? Ja, genau. Aber den wollte ich schon letztes Mal croften, aber mir hat dann irgendwas gefehlt, glaub ich. Ich weiß auch nicht mal was. Ne, aber ich hab ihn jetzt. Du! Na gut, fast hätte ich mir gewischt, den Fugel. Genau, ähm... Oh, das ist ein Traumstück. Wie war das denn jetzt? In diesem Lagerhaus haben wir jetzt... Wollten wir da jetzt nur Sticks machen? Nur Sticks. Jetzt machen wir nur ein Stein Lagerhaus, oder? Äh, nee. Jetzt wollt ich Lagerhaus machen. Und dann nur ein Baumstamm Lagerhaus. Oder magst du Baumstämme lieber draußen lagern? Äh, das Baumstämme fast lieber draußen. Das wird ganz schön komisch, um die Baumstämme ins Haus zu rennen. Das wird echt kacke. Ich glaub ich. Ich glaub auch, ja. Dann machen wir schön große irgendwo voll fett. Das nehmen wir aber jetzt erstmal so ein Haus, wo nur Regale. Da müssen wir noch Regale reinbauen, das wird ein bisschen kompliziert. Ähm, oder vier. Ah ja. Für Medizin und Snacks. Gut, aber ich würd' sagen, erst mal hier Stein und neben Stein dann Regale, oder? Ja. Oder eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es... Ja, ich würd's nicht... Ja, ich würd's gar nicht jetzt... Ich würd's jetzt... Nicht so... Nebeneinander geordnet machen. Weil so arbeiten wir immer. Ich darf mal echt sagen, so ein Richtig, da ist jemand. Okay. Hinter uns. Ähm... Das ist sehr gut. Ja, ich würd's... Oh, warte. Kann man ein bisschen Knochen sein, oder? Oh, der ist schon wieder auf. Lol, guck dir seine Zähne an. Nein! Alter. Hast du denn jetzt die Zähne gesehen? Leg den mal ab. Äh. Scheiße, jetzt... Red dich mal um. Verdammt. Scheiße. Beim nächsten musst du unbedingt mal auf die Zähne gucken. Ähm. Sondern so willkürlich irgendwo ein bisschen so verteilt. Natürlich kann's ein bisschen geordnet. Wir können auch schon hier schon das nächste machen gerade. Aber dann so manchmal... Wir können auch so ein bisschen schräg. So ein Kreis machen. Ja, so ein bisschen schräg. Ja, genau. Vielleicht so. Wir können hier noch ein Haus machen. Hier können wir ja von mir aus das zweite Lager hin machen. Da hast du schon recht. Ja. Und dann hier ein Haus. So, dass das wirklich so ein bisschen die... 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 Mittelpunkt ist, der... das Lagerfeuer. So ein bisschen so... Marktplatz. Ja, das ist ein guter Ding. Ja. Dann fang du mal zum Plan an. Ich hol mir mal die Knochen her. Es gibt, glaube ich, echt mehr. Es gibt echt mehr Vögel, glaube ich. Weil irgendwie so viel... Ja, Gott sei Dank, ey. Wohl ohne die Vögel wird man echt verhungern, glaube ich. Knochen, Knochen, Knochen. Ich will auch ein Knochen. So. Und dann kann ich mir noch eine Rüstung machen, glaube ich. Was braucht man denn überhaupt? Stoff. Ja. So. Hey lol, wieso habe ich jetzt nur noch einmal... Ach, der hat mich gerade getroffen. Oh Mann. So. Es fehlt mir ein Lager. Und zwar planen. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder planen. So. Nein! Nein, was? Nein, bleib weg von mir. Ich bähne. Stirbst du? Nee. Hört das nicht auf? Jetzt würde ich kurz mit dem Wasser wirst. Toll. So. Ähm. Baumenü. Hallo. Ah. Alter, das hasse ich wie die Pest in the Forest. Wenn man Tiere am Boden erwischen möchte. Und er haut einfach nicht nach unten. Da müsste es einfach eine Extratastik geben für den Angriff, glaube ich. Oh. Kommst du her? Eigenes Fundament. Ich finde auch schade, dass man diese kleinen Fleischstückchen nicht hängen kann. Zum Trocknen. Gut. Hauen wir noch die ganzen Knochen da rein. Bam. Ich hoffe, dass... Aber ich merke schon, Stoff ist auch eher selten. Alter, ich habe jetzt drei so Rüstungsdinger gemacht. Und ich habe erst einen so einen Kasten voll. Wie viele Rüstungsdinger muss man denn da bitte craften? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist nicht wenig, glaube ich. Boah. Das Bauen, Alter. Das Bauen in the Forest. Das ist so... complicated. Echt, kein WRs. Das finde ich mir richtig. Oh, geil. Unsere Bärens sind schon fertig. Die kann man schon essen. Ehrlich? Ja. Vielleicht nochmal warten. Vielleicht werden sie größer. Schau. Mö, mö. Ich sehe das nicht. Äh. Was? Ich wollte eigentlich gerade so einen Vogel erwischen. Der ist einfach... Komm. Ich konzentriere mich gerade so. Müssen wir gucken, ob es gerade ist. Ist das hier auch gerade? Ja. So ein bisschen im Kreis. Hast du das so vorgestellt? Oder mehr? Ja. Oder doch gerade? Nee, nee, nee. So passt das, ne? Dann könnten wir eventuell hier den Eingang machen. Also nicht genau mittig, sondern vielleicht hier. Oder geht das überhaupt? Und dann hier so eine kleine Treppe hoch. Oder magst du den Eingang wieder von hinten machen? Nee, nee. Weil hier haben wir den Eingang. Ich weiß nicht, warum wir den Eingang hier von hinten gemacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwie... Nee. Kann man... Nee, nachträglich geht... Ja. Nee, nee, nee. Lass mal lieber. Es ist okay, weil ich habe mich auch ewig lang... Hier kommt es jetzt wunderschön rein. Ich glaube, das haben wir... Ja, wir werden jetzt auch nicht so oft reingehen im Dägen. Ich glaube, das haben wir gemacht wegen... Weil wir die Treppe nicht machen wollten. Und das da genau passend war zum Reingehen. Irgendwie sowas, ja. Ist ja egal. Ja, wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Da, ich hole ihn. Weil ich glaube, das Fundament ist ganz gut gelungen. Das ist gerade... Das ist auch gerade... Ja, möchtest du die Treppe auch gleich noch hinbauen, irgendwie? Das geht, glaube ich. Oder erst danach? Das geht, glaube ich, erst, wenn das Podest da ist. Achso, okay. Oder? Weil das... Nee, die klippt sich ja dann dran, glaube ich. Ah, okay. Pass. Genau. Ich tue hier schon mal Fällen. Pass. Na, jetzt aber. Tutututututu. Ich müsste dann aber auch gucken, ob ich irgendwie Medizin... Hast du schon Medizin hergestellt mit Pflanzen? Oder fehlt dir da noch was? Nein, da geht mir irgendwas ab. Ich glaube, das war die Orange. Und ich weiß... Ich glaube, das war die... Ach, der Wagen ist direkt unter uns. Haben wir... Alles gut. LOL. Wie jetzt hochgeflogen sind. Nein! 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 Die ganzen Kräuter. Ich... Ich weiß es nicht. Die sind echt alle weg, oder? Ja. Oh, Alter. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Aber welches orangene Ding meinst du denn? Ey, das waren so orangene Pflanzen. Die sind sauselten. Meines Erachtens. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Hardcore die noch seltener sind. Alle in diese Richtung. Also Sonnenhut, das Liederne haben wir richtig viel. Und das, was wir eigentlich für Heilung brauchen... Ja, gar nicht. Ja. Das ist blöd. Naja, vielleicht... Ich tue mir noch aus. Ja, schauen wir mal. Bisschen Ausdauer. Und zack. Die letzten zwei Schläge... Ja. In diese Richtung fallen. Perfekt. Haben wir ein neues gebaut. Sollen wir gleich ein neues bauen. Weil ich habe ja... Ein neues bauen? Ich habe ja noch ein paar Samen. Ja, ein neues Beet. Ein paar Pflanzen. Achso, ja. Hey, wo sind die... Wer war das? Hey. Jetzt hör mal auf zu schreien. Ich versuche mich zu konzentrieren, Alter. Aber jetzt ist das... Bei mir hat die jetzt auch geschrien. Das ist jetzt echt parallel. Also, das ist jetzt echt synchron... Ja, damals war das so... Oh, die Krapfen, die Krapfen, die Krapfen, die Krapfen, die Krapfen. Die Krapfen, die Krapfen, die Krapfen, die Krapfen. Baumstamm. Das sind die komischen, die so schnell krabbeln. Hallo. Was geht? Oh, hier ist der Druck. Nein. Sollte Verstärkung, Alter. Sollen sie kommen? Oh, au, au. Oh, ich bin fast tot. Einen Schlag noch bin ich weg, ne? Oh. Nein. Oh, okay. Blocken, blocken, blocken. Höll, lol. Ich bin tot, obwohl ich geblockt habe. Okay. Den killst du noch, dann kannst du mich renovieren, bitte. Hey, du lebst immer noch? Du darfst ihn killen, weil er dich gekillt hat. Nice. Deine noch benutze ich für Rüstung. Ja, wenn der mich killt und ich kein Leben mehr habe, brauche ich nicht mehr Rüstung. So. Grabe. Federn, Federn, Federn. Gut, es können ja jetzt keine Bäume mehr auf die Beete drauf fallen, dann kannst du jetzt meins machen. Okay. Dann bauen. Zack. Garten. Ach, lol, die sind ja so klein. Hä? Du kannst aufziehen, ne? Ah, nee, das wusste ich gar nicht. Und wie? Traufbleiben? Ah, ja. Oh, ich find ganz schön regnen. Ja. Passt das so? Ja, hau hin. Ja, aber in die Wagen passt echt mehr rein. Mehr Baumstimme. Weil da waren doch immer nur acht Stück oder so begrenzt. Also das war immer so, war relativ schnell voll. Hast du die zwei Baumstimme schon geholt, die hier lagen? Ich glaube schon, ja. Okay. Und wie weit aber der springen kann, da bist du schon mal so gelaufen und dann... Uah, der fliegt ja halberts. Ich nehm ja mal bei ein paar Knochen. So, wie viel hab ich denn? Ich brauch aber auch welche, weil ich hab gar kein Leben mehr. Ich hab ein Millimeter Leben. Ja. Moment, was soll ich eigentlich grad machen? Äh... Und ich muss was zu essen reinhauen. Ja, nee, kriegt man kein Leben, ne? Essen. Leider nein, nein. Hab ich irgendwas verdorbenes? Esbar, esbar. Ich hab nix verdorbenes, dann kann ich das eine doch... Dann musst du auch ein bisschen drauf achten, ne? Weil das kann echt schnell... Ja. Oh, jetzt ist die Feuer ausgegangen wegen dem Regen. Ah, das eine ist verdorben, was ich schon hab. Das Gute, dass es jetzt regnet, wir kriegen Trinkwasser. Das Schlechte, dass es regnet, wir können das Feuer nicht mehr anmachen. Hey lol. Ich, ich, ich könnte das Feuer nicht mehr anmachen. Aber es wird gleich wieder ausgehen wegen dem Regen, oder? Achso, schimpfst du mal nach. Wie geil das ausschaut hier. Hier läuft richtig das Wasser runter. Das ist... Sieht wirklich geil aus, das Wasser. Das ist das Feuer. Das ist richtig die Regentropfe in die Pfütze rein. Sieht echt gut aus. Gut, was vielleicht wieder übertrieben ist, dass es echt viel Wasser ist. Das ist ein wichtiger Bach, was da was ausschließt. Ja, aber das kann auch sein, weil wir hier am Hügel sind und das von oben runter... Ja, genau. Reden wir uns noch ein. ...eine Erklärung dafür, bist. Oh, Essen. Wasser leben kriegst du nicht. Ich glaube, ich hab deins gekriegt. Deins war verdorben. Nein, meins war nicht verdorben. Ich hab's extra rein, weil's nicht verdorben war. Ja, aber ich hab nix verdorbenes im Inventar. Ich auch nicht. Ich hab das verdorbene weggetan. Ich bin unschuldig. Warum hab ich denn jetzt... Warum hab ich dann Schaden bekommen? Ich weiß nicht. Aber ich hab nichts verdorbenes reingetan. Im Inventar steht sogar, dass es essbar ist. Also, bei mir war auch essbar gestanden, also... Und dann hab ich's reingetan. Boah, Alter, jetzt hatte ich voll die raue Stimme. Ähm, dann hab ich's reingetan. Dann stand bitte jetzt Essen. Jetzt steht genauso Essen. Und es war essbar. Da bin ich mir zu 100% sicher. Schaut, das war das Stück. Also, ich rede gerade mit Zuschauern. Das war das Stück, was... ...jetzt weg ist. Und da stand essbar. Da könnt ihr jetzt zurückspulen und nachgucken. Wenn ich jetzt Schaden bekomme, ist das total unlogisch. Komm, kein Schaden. Brav. Aber vorn war es auch unlogisch. Da war nix verdorbenes. Außer, das lag drunter und ich hab's nicht gesehen. Ich muss sagen, das Baum fällen ist in Forst immer noch am geilsten. Dass man aber immer so ein Stückchen weghackt. Dass man echt gut macht. Wie meinst du? Das Baum fällen? Achso, ja, 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 ja. Nee. Eie, Karambe. Die, äh, Zeit ist es für mich. Ehrlich. Ja, gute Plattform haben wir auch geschafft. Ist doch gar n bisschen kleiner, wie ich mir gedacht hab. Aber, könnte ausreichen. Der hat doch groß ausgeschaut, oder? Ja, irgendwie ist es, wenn du hier reinkommst, du musst noch die Wände hin. Ja gut, da kommen ja nur Regale rein, oder? Ja, komm, da passen doch bestimmt zwei Regale rein. Nee, 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 nee. Ich glaub, schon mindestens vier oder fünf. Wenn du dir das vorstellst, hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das war ein Spaß. Ja klar, da passt einiges rein. Ich weiß gar nicht, ob es ist. Und wenn es ist, kann man auch noch einen mittleren Gang machen, wo wir Regale reinstellen. Stimmt, ja. Genau, jetzt einfach noch die Wand außen rumziehen, und dann... Warte, das mach ich noch schnell. Ja, dann noch die Türe, die Treppe, und dann, in der nächsten Folge, haben wir es fertig. Meinst du? Ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist ein bisschen Holz da. Da, eigene Wand, eigene Wand. So, da können wir hier die Tür machen, oder? Da? Ja, genau. So, auch wieder ein Schließballer. Ist das richtig rum? Ja, das ist richtig rum. Das ist innen. Ja. Kein Fenster, Fenster. Nehmen wir jetzt einen Schrank pro Band. Sagen wir mal, hier sind... Hier kommst du rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also, du bekommst über zehn Schränke rein, sag ich jetzt mal, ne? Ja, und du kannst ja auch hier in der Mitte noch was reinstellen. Eben, da könnte man auch noch. Da könnte man ein Fenster reinhauen, oder? Und, ich sag mal, so viel werden wir nicht brauchen. So viel werden wir wahrscheinlich nicht finden, auf hart. Eben, und, sollen wir dann hier so ein Fenster machen? Ja, dass man ein bisschen rausschauen kann in unsere Gemeinde. Ja, das ist eine gute Idee. Oder schon, oder? Perfekt. Dann hoffe ich... Oh, Alter. Ah, ist schon wieder dunkel. Dann hoffe ich, dass das so barst, und dass wir dann dort die Treppe hinbekommen. Ich hoffe, dass es mit der Treppe klappt. Versuch gleich mal die Treppe hier hin. Obwohl, vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Im Hellen vielleicht. Ja, im Hellen. Und dann in der nächsten Folge. Und damit starte ich hier gemütlich ans Flangefeuer. Kann man schon. Oh, man kann auch schlafen sogar. Oh, geil. Dann sehen wir uns gleich im Morgen wieder. Und... Genau, dann wieder vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.